Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 103 des Tele-Stammtischs, den Comic-Talks und Interviews. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis diese Ausgabe rauskam, aber endlich ist es soweit. Ich nehme das am Vorabend der Veröffentlichung auf und kann euch versprechen, dass ich hier endlich die finalen Interviews des Comic-Salons auf die Ohren bekomme. Diese sind herausragend, großartig, unterhaltsam und total toll geworden. Und ihr bekommt sie jetzt endlich in euren Podcatcher. Freut euch auf Gespräche mit Michael Wild, Wiebke Bolduan, Aisha Franz, Michael Ross und Johannes Lott. Die beiden letzten Gespräche, die habe ich noch nachträglich aufgezeichnet, einfach weil ich da Bock drauf hatte, weil ich die Bücher gelesen habe und weil das hier einen schönen Abschluss bildet. Und damit sind wir durch. Mit der wesentlichen Berichterstattung für den Comic-Salon. Ich habe noch verschiedene einzelne Panels aufgezeichnet, weiß aber noch nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Im Gegensatz zum großen, super-duper-Spezial-Interview, das ich geführt habe, zusammen mit den ehemaligen Comic-Cookies, also quasi Steffen, die Legende, Marshall und so weiter, beim Horst Gotter, einem der beiden Verleger vom Splitter Verlag. Dieses Interview bekommt ihr zweigeteilt auch ganz bald, ganz zeitnah auf eure Ohren. Dann erscheint sowohl ein Teil bei den Comic-Cookies, als auch ein Teil hier beim Tele-Stammtisch. Freut euch drauf, es sind ein paar sehr spannende Informationen da rausgekommen. Dinge, die ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen wollt. So viel kann ich mal sagen. Und ansonsten freue ich mich auf euer Feedback, dass ihr euch immer gerne hinterlassen könnt auf den sozialen Plattformen eures Vertrauens. Und weil mir zuletzt Meta einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir einige Tage lang sowohl auf Instagram als auch auf Facebook nicht mehr vertreten waren, haben wir uns überlegt, wir bewerben noch ein bisschen mehr den Community-Hub des Tele-Stammtischs. Das ist letztlich ein Discord-Server. Und da kommt ja jetzt mal bitte alle vorbei. Schaut mal in die Shownotes. Dort könnt ihr direkt Kontakt zu uns aufnehmen, Kontakt vor allem auch mit mir letztlich pflegen. Wir unterhalten uns dort über Comics, über Metathemen zu Comics, aber eben natürlich auch, weil das ja der große andere Schwerpunkt des Tele-Stammtisches ist, über Filme und Serien. Kommt bitte rum, macht eine Menge Spaß. Wir sind inzwischen schon etwas über 100 Leute, die dort täglich über spannende Dinge sprechen. Und ihr fehlt in unserer Runde garantiert noch. Nun also viel Spaß hier bei den Interviews und bis zum nächsten Mal. Ciao. Er ist wieder da. Ist nicht nur ein Filmtitel, ist auch eine Tatsache. Er hat ständig neue Sachen dabei. Ich sehe ständig im Internet Dinge von ihm. Und er ist auch eigentlich gefühlt auf jeder Veranstaltung, auf der ich auch bin, wird er bestimmt abstreiten. Aber er ist trotzdem echt viel unterwegs, der junge Mann. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ach, du redest gerade mit mir. Hallo, ich bin doch Michael Wild. Hallo Michael. Mensch, was geht? Wie geht's dir? Wir sind hier beim vierten Tag des Comics Salons. Wie ist so die Stimmungslage? Regnerisch leider. Andi, das Wetter spielt dieses Jahr überhaupt nicht mit. Und das merkt man glaube ich auch an den Besuchern, die alle triefnass in die Halle kommen und eigentlich sich nur trocknen möchten und deshalb Comics kaufen, um sich damit abzureiben. Ja, wie ich gehört habe, saugen die ja glücklicherweise sehr gut das Wasser auf. Aber da seid ihr in Halle D ja ein bisschen verschont geblieben, ne? Ja gut, wir sind im ersten Stock im Theater. Bisschen schlecht ausgeschildert. Ja. Das haben sie jetzt mittlerweile gehandelt bekommen, aber Donnerstag und Freitag, ich glaube, ich habe von zu vielen Leuten gehört, die wussten gar nicht, dass da überhaupt was ist. Ja, gerade von der Laufkundschaft her geht es unter. Da muss man schon als Fan vorbereitet mit dem Programmheft unter der Karte rumlaufen, um es mitzubekommen. Aber schön zu hören, dass sich das inzwischen ein bisschen angepasst hat. Und dann lasst du die Leute kommen und sich bei dir offensichtlich zum einen Signaturen abholen und auch Illustrationen abholen, aber eben auch Comics kaufen. Ja, was hast du denn heute mit dabei? Da liegt ja schon wieder ein buntes Portpourri der guten Laune vor uns. Ja, fangen wir eigentlich am besten mal mit dem lang erwarteten zweiten Teil von Apfel der Barbar an. Mega. Ja, der zweite Teil heißt, die Reise geht weiter. Er heißt einfach nur der zweite Band. Okay. Wovon handelt er denn? Erzähl doch mal ein bisschen vom Inhalt des zweiten Bandes. Also ich gehe erstmal auf den Inhalt vom ersten Band ein. Es geht ja um Apfel, der ein Barbar isst. Und seine Kollegen Willi und Red Anita. Und ja, Apfelsfreunde wurden verflucht, in Gold verwandelt und er sucht eben diesen bösen Zauberer, um den Fluch zu brechen. Im zweiten Band geht es allerdings mit der Vorgeschichte von Red Anita los. Okay. Also das sind jetzt alles die Farben, die, alles die Seiten, die schwarz umrandet sind. Das ist quasi dann die Hintergrundgeschichte. Wie sie denn, von woher sie kommt, wie sie ihren Kettenbikini bekommen hat und dergleichen. Es geht auch wieder sehr brutal zu. Ist auch eine wachsende Zielgruppe für den Barbar, oder? Würdest du das sagen? Ja, also ich hätte es jetzt so ab 16 eingeschätzt. Ich meine, wir haben hier die Heldin, die ohne Klamotten jetzt mit einem Schilder gegen einen Riesenhasen kämpft. Ich glaube nicht, dass das irgendwie für Jüngere ist. Oder gut, ich meine, ich bin, ihr könnt lesen, was ihr wollt. Ich bin eure Eltern. Was ihr wollt. Ja, das ist natürlich, das finde ich immer faszinierend. Also, ja, wir sehen sie nackt. Und darum geht es ja auch ein bisschen, dass wir sie mit ihrem Kettenbikini da rumlaufen sehen und so. Und Sexy Time spielt auch mal eine Rolle. Aber es ist eine interessante Variation davon, weil sie natürlich im Grunde nachher einen Cartoon-Charakter, also quasi eine Cartonesque daherkommt, möchte ich mal sagen. Sie ist jetzt eine nicht hyperrealistische junge Sexyfrau, sondern sie ist auf andere Art und Weise sexy dargestellt. Das finde ich faszinierend. Und da stellt sich für mich so eine gewisse Spannung eben auch da zwischen diesen beiden Aspekten und Themen. Siehst du das auch so? War das Absicht oder ist das eine ganz individuelle Wahrnehmung von mir? Es ist teilweise Absicht. Ich meine, Apfeldaubarbar war ja eigentlich auch zuerst als Parodie oder Gag-Comic gedacht. Darum sieht man eigentlich auch nie Blut. Also, es werden Körperteile abgetrennt ohne Ende, aber es fließt nie Blut, weil ich eigentlich immer noch diesen lustigen Charakter drin haben wollte. Den haben wir noch drin. Wir haben auf der Rückseite auch stehen, wild, brutal, vitaminreich. Ich glaube, das gibt schon mal so eine Richtung her, in die das Ganze geht. Und dann freuen wir uns, dass wir das jetzt kriegen. Ob es einen dritten Teil geben wird, dazu kannst du zum jetzigen Zeitpunkt schon was sagen oder nicht? Also, er ist schon in Arbeit. Okay, also wird es ihn irgendwann geben. Und ich würde mir wünschen, wenn ich den bis zum nächsten Comicsalon Erlangen fertig bekomme. Sehr gut. Mittlerweile, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich im letzten Podcast, also vor zwei Jahren angekündigt habe. Ich glaube, da habe ich noch gesagt, ich schätze, ich werde es auf drei Bände hinbekommen. Mittlerweile ist der Plan auf fünf Bände angewachsen. Einfach dieser zweite Band, den du in der Hand hältst, der hat jetzt die gleiche Seitenanzahl wie der erste Band. Wirkt zwar nicht so, weil das Papier ein bisschen anders ist, darum wirkt er ein bisschen dünner, aber ist immer noch dieselbe Seitenzahl. Und eigentlich das, was du hier siehst, sollte eigentlich nur die erste Hälfte vom zweiten Band werden. Aber der Inhalt, der ist so explodiert, dass ich irgendwann die Reißleine ziehen musste, sage, hier ist der Cut, das wird der zweite Band. Und alles, was die zweite Hälfte vom zweiten Band werden sollte, wird jetzt Band drei. Aber da wird es dann auch richtig abgehen. Ich finde es ja auch cool, dass hier hinten drin auch wieder diese Fanarts, also letztlich von anderen Artists irgendwelche Beiträge sind, die dir dann Illustrationen machen, die du auch mit abdruckst. Finde ich ja großartig. Du bist ja offensichtlich sehr gut vernetzt, oder? Das würde ich gar nicht so behaupten. Also ich ziehe mich eigentlich auch immer mehr aus sozialen Medien zurück, einfach weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Reichweite habe. Grunde genommen, also das sind eigentlich alles mehr Freunde von mir. Ach schön. Aber die lesen es natürlich auch gern. Der Bobrovic, wie das ausgebrochen wird, auch wieder mit am Start. Ich habe die andere Looks gesehen. Viele tolle Leute, die da offensichtlich deine Freunde sind. Schön. Was liegt da noch vor uns? So, dann haben wir den Moby Dick Band. Den habe ich ja auch schon im letzten, vor zwei Jahren angekündigt. Ja, Moby Dick. Ich glaube, es geht um Wahl. Was geht's? Es geht um, es ist ein Ableger meiner Pipan-Geschichten. Es ist Moby Dick mit P-Pennen in den Hauptrollen. Ja. Auf ganzen 16 Seiten habe ich das ganze Buch zusammengefasst. Die Kernelemente, schätze ich mal, sind das denn geworden. Ja. Ist das eine Herausforderung, so ein Riesending dann einfach auch so runterzukürzen? Wahrscheinlich. Und wenn ja, wie hast du sie gemeistert? Also erstmal habe ich das Buch nochmal gelesen und mir quasi die Schlüsselszenen so ein bisschen notiert, was halt wichtig ist. Also wie dieser Ishmael, der jetzt in dieser Geschichte der Pipan ist, aufs Schiff kommt. Und wie er diesen Quikweg kennenlernt. In dieser Geschichte heißt er jetzt Quikhan. Käpt'n A hat er die Goldminze an den Mast nagelt und dann eben die Jagd auf den weißen Wal. Mhm. Und auch mit denselben philosophischen Aspekten, die drinstecken? Nein, ich habe ganz neue Philosophen mit reingepackt. Sehr gut. Ich muss sie nur selber noch finden. Ja, wir interpretieren sie dann da rein. Ja. Sehr gut, so machen wir das. Ja, großartig. Das ist cool. So ein kleines Heftchen, ganz, 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 ganz cool. Aber kann man gut mal mitnehmen auch, was wir zwischendurch. Was kriegst du eigentlich immer für diese Hefte? Was willst du jeweils haben? Drei Euro jeweils. Ja, mega. Und für so ein Buch 15 Euro. Mhm. Überleg dir mal, drei Euro für so ein Heft, das kann man doch echt mal machen. Machst auch so Bundles hier, keine Ahnung. Du nimmst folgende fünf mit und du hast ja eine riesen Auswahl an Sachen. Gibt es auch Bundles bei dir? Zahl 30 Euro, kriegst du ein Comic-Heft gratis dazu. Hat bis jetzt noch keiner wahrgenommen. Ja? Okay. Du machst ja auch so viel, bei dir würde sich sogar ein Abo-Modell wahrscheinlich lohnen. Was hast du noch da liegen? Dann hätte ich noch einen neuen Apfel-Comic, Apfel im Schlaraffenland. Uh. Cool. Worum geht es hier? Ich lese einfach mal die Zusammenfassung hinten auf dem Heft vor. Apfel und seine Freunde kamen ins Schlaraffenland. Und das ist der ganze Plot dieser Geschichte. Punkt. Toll. Das geht so um Essen. Das ist ja auch immer... Das geht um Essen. Ja, Apfel liest ein Buch über das Schlaraffenland. Ja. Und Ginny, der ein Flaschengeist ist und magische Kräfte hat, die kennt das Schlaraffenland und lädt ihn quasi dann dazu ein mitzukommen. Und dort erleben sie dann eben auch wieder ein kleines Abenteuer. Ich finde es ja auch so cool, dass du quasi eigentlich ein eigenes Universe aufbaust. Also vor allem mit dem Apfel und den verschiedenen Versionen, die es so gibt mit den Figuren. Das ist also ein Ballpass. Ich finde das total großartig und das erhöht natürlich auch enorm die quasi Kundenbindung und so. Andere Leute, die ich hier habe, die mehrere Reihe machen, das sind immer alles eigene Figuren, eigene Geschichten. Da gibt es keine bis kaum Zusammenhänge und so. Ich finde das klasse, dass du das hier zu einem Michael-Wild-Universum ausbaust. Würdest du das auch so sehen? Ist das ein Michael-Wild-Universum? Ja, so ein bisschen schon, ja. Mhm. Cool. Okay, jetzt sind wir zum Schlafen und haben was zu essen. Das eine sieht aus wie der Quickie-Markt. Mega nice. Okay, cool. Und das dritte, was du uns hier mitgebracht hast? Und das dritte ist ein Weihnachts-Comic. Der heißt Anitas schöne Bescherung. Da habe ich eigentlich die paar Weihnachts-Comics, die ich bisher gemacht habe, mit meinem Charakter Anita in ein Heft gepackt plus eine neue Geschichte. Und Anita ist ja eigentlich auch ein Charakter, den ich auch schon lange gezeichnet habe. Das hieß der Geschichte ja Mi-Mi-Mi, dann ist sie zu Trigger Warning geworden. Ja, okay. Und jetzt weiß ich eigentlich selber nicht mehr, wie ich das nennen soll. Also momentan ist ja Trigger Warning pausiert. Ja. Aber ich möchte eigentlich immer noch was mit dem Charakter Anita und ihren Freunden anstellen. Sie ist ja quasi auch als Red Anita in Apfel der Barbar vertreten. Mhm. Wäre das vielleicht mal die Gelegenheit, dass ähnlich wie diese, wie heißen denn diese Geschichten? Ich will es nicht ein Charlie, Rosie, wo es auch Szenen gibt auf Netflix. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Frage, ob du dir vielleicht mal gezielt feministische Themen vornehmen solltest. Ich könnte mir das nämlich vorstellen, dass du auch ganz faszinierende Aspekte und Facetten auf diese Themen draufwerfen könntest. Das ist ein ganz spontaner, fixer Vorschlag. Wäre das interessant für dich? Ah, ich glaube, das macht Simon Hanselman schon besser. Okay, okay. Und ich meine, die Geschichte handelt von einem Mädchen und ihrer sprechenden Katze. Mhm. Da habe ich eigentlich auch schon gehört, dass es halt viel zu viel Parallelen zu Simon Hanselman gibt. Und ich möchte eigentlich schon nicht derjenige sein, der so ist wie derjenige ist. Ja, natürlich. Ich möchte einfach Michael Wild sein. Ja, das verstehe ich. Und darum möchte ich eigentlich auch so ein bisschen die Figur neu erfinden und auch das Format. Also ich weiß gar nicht, ob du das alte Buch noch kennst. Das war ja quasi diese Comicstrips, die ich im Internet veröffentlicht habe, die ja quasi so quer waren. Ja. Als Buch. Und ich möchte es eigentlich dann in Zukunft auch so in diesem Heftformat rausbringen. Auch, dass das Heftformat überhaupt in diesem Indie-Bereich wieder so aufgelebt ist, das freut mich total. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt gerade mal wieder eine Renaissance der Hefte. Wir hatten es die Tage auch, dass es so ein bisschen schwankt. Mal sind es mehr Leute, die halt eben eher lieber dickere Bücher haben. Andere haben immer eher so Hefte. Aber so insgesamt habe ich die Wahrnehmung, als gäbe es immer mehr Hefte und gäbe es auch halt immer ein Publikum, das diese Hefte gerne kauft und liest, weil es einfach nette Snacks sind. So nette Comic-Snacks, die man einfach schön genießen kann. Ich bin ja eigentlich auch Fan von solchen Heften. Darum möchte ich eigentlich auch mich mehr auf dieses Heftformat fokussieren. Ja, du brauchst Variant-Cover. Gibt es Variant-Cover oder kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen, aber bis jetzt habe ich noch keins. Die Auflagen geben das vielleicht noch nicht her. Ja, das ist auch hier ein bisschen so ein Magazinformat. Ich kann Dinge ausschneiden und basteln und so. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, oder? Das ist der Plan davon. Vor allen Dingen ist es auch ein Heft, das ich auch meinen Eltern zeigen kann. Weil der andere Anita, das Buch, das war ja überhaupt nicht safe for work sozusagen. Ich meine, die Beschreibung von Anita hier am Anfang, ihr Hobby sind Videospiele und Exhibitionismus, sagt ja eigentlich alles. Ja. Vielleicht hätte ich sie nicht auch noch im Weihnachtskomik erwähnen sollen, aber es ist halt der Charakter. Mama, was ist Exhibitionismus? Das ist ja nochmal eine gute Frage nach der, ja. Das ist, wenn man eine Exhibition hat, also eine Ausstellung. Ah, inzwischen. Ja, genau. Sehr gut, fantastisch. Ja, Michael, vielen Dank fürs Vorbeikommen, für den Besuch und fürs Vorstellen deiner aktuellen Sachen. Ich freue mich mega schon aufs nächste Gespräch, wenn auch immer das sein will. Und wenn ich kann, natürlich auf jeden Fall auch wieder auf einer Bühne. Das haben wir nämlich auch schon gemacht. Du saßt in Stuttgart gemeinsam mindestens zweimal, glaube ich, sogar auf der Bühne und haben uns über Dinge unterhalten, über Berufsalltag und so. Gibt es alles im Feed, hört man rein. Michael weiß genau, wovon er spricht. Darf ich noch kurz zukünftige Projekte vorstellen? Absolut, ja. Ich arbeite jetzt gerade an einer Science-Fiction-Geschichte. Wieder mit neuen Charakteren. Also ich fange schon wieder ein neues Michael Wild-Univers an. Die Geschichte heißt Elsewehr und es geht um eine junge Wissenschaftlerin, die Else heißt. Oder was heißt Wissenschaftler? Sie ist eigentlich mehr wie ein Daniel Düsentrieb und erfindet quasi ein Portal, mit dem sie in andere Welten reisen kann. Ja. Also es soll so eine Mischung aus Doctor Who und Archibald der Weltraumtrotter werden. Mhm. Oder Adular der Weltraumtrotter, wenn ihr noch die Ost-Serie... Ja, ich kenne die auch mit der Aufblasrakete. Ja, genau, mit der Aufblasrakete und dem sprechenden Hund. Und sowas in die Richtung möchte ich jetzt auch machen. Mhm. Da arbeite ich jetzt gerade an einer Anthologie. Mhm. Mit meinem Stuttgarter Zeichnertreff. Aber ich werde es dann auch für die Comic-Con in Stuttgart dann auch als Heft rausbringen wollen. Da wollen wir uns drauf und das hoffentlich auch alles rechtzeitig fertig wird und wir das rechtzeitig kriegen können. Danke dir, Michael. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Beim nächsten Gespräch werden wir über ein Comic sprechen. Der erscheint ganz aktuell bei Reprodukt. Es gab Lesungen und es sind viele, viele, viele Themen in diesen ungefähr laut PDF-Datei 240 Seiten. Es ist ein toller Comic gewesen. Die habe ich tatsächlich sogar im Urlaub gelesen. Das heißt, das Wasserfeeling hat sehr gut dazu gepasst. Ich freue mich mega, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin Wiebke Bolduan. Hallo, Wiebke. Und mein Buch nennt sich Viktoria Ahlders bei Reprodukt erschienen. Liebe Wiebke, tu uns mal einen Gefallen, weil unser Publikum, mein Publikum kennt dich ja noch gar nicht. Vielleicht kannst du dich mal am besten mit Tweeting-Worten kurz vorstellen. Du machst ja Comics. Warum eigentlich? Ja, das ist immer die große Frage, warum eigentlich. Man kann natürlich klassisch so in der Kindheit einfach jetzt anfangen, aber es war tatsächlich immer schon so, dass ich sehr gerne gezeichnet habe, wie wahrscheinlich alle, die bei dir im Podcast zu Gast sind, aber auch immer schon gerne mir Geschichten ausgedacht habe. Und dann, naja, dann war halt so nach der Schule die Frage, okay, was möchte ich eigentlich machen in meinem Leben? Und dann irgendwann ist mir dann das Illustrationsstudium untergekommen in Hamburg, was dann auch geklappt hat. Ich wurde angenommen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und da hatte ich dann die Möglichkeit, mehr in diese Comic-Welt einzutauchen, aber auch mehr so, okay, wie ist man das eigentlich professionell? Wie funktioniert das? Bei Anke Feuchtenberger und Sascha Hommer und so hat sich das dann immer mehr fokussiert. Das ist so faszinierend, was da an der Hochschule passiert. Das ist ja eine absolute Talentschmiede. Also im Laufe der letzten Jahre, ich habe gefühlt die zweite Absolventin da zu Gast gehabt, auch was da rauskommt, ist ja fantastisch. Wie ist denn da so die Stimmung? Ist das so, als so ein bisschen intimer arbeitet man zusammen, gibt man sich auch unter den Studierenden da so ein bisschen so, ist das ein eingeschweißtes Team oder ist schon nach Hause und stechen, weil irgendwann sind alle auf demselben Markt und konkurrieren um dieselben Lesenden. Weißt du da eigentlich, wie ist denn so das Feeling? Also ich kann natürlich nur jetzt meine eigene Erfahrung so darauf schauen. Ich habe mehr so eigentlich bis zum Abschluss, also bis zu meinem Bachelorabschluss gar nicht so doll darauf geguckt, okay, ich will unbedingt zu einem Verlag oder so. Ich wollte einfach sehr gerne so längere Geschichten machen und ich glaube, vielleicht ist das einfach das Gute an dem Studium, dass man da so den Raum zubekommt, dass man einfach wirklich so sich ausprobieren kann und längere Comics auch mal machen kann, was man vielleicht sonst in anderen Lebenssituationen einfach gar nicht so einfach unterkriegt. Also von daher ballt sich das da einfach sehr gut. Und die Stimmung, also ich fand das eigentlich immer sehr, sehr schön, dass man sich gegenseitig Feedback gegeben hat, auch abseits der Kurse, sind auch viele Grüppchen so entstanden, die mir jetzt auch immer noch helfen nach dem Studium. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da so ein Hauen und Stechen ist. Zumindest eher den Eindruck, dass alle noch so ein bisschen dafür plädieren, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das macht bei der Comicszene, die ja eh irgendwie so klein ist, macht es ja auch voll Sinn, sich so zu supporten. Absolut. Und dann da eben auch eine Verbindung herzustellen zu in dem Fall zum Beispiel Reprodukt, wo dein aktueller Komiker erschienen ist. Also ich habe es gelesen, ich könnte es auch versuchen zusammenzufassen, aber am allerbesten machst du das. Bitte erzähl uns doch mal, wovon handelt eigentlich Viktoria Aal und wie viele Fische geht es da? Das ist immer mega schwer. Das war auch im Prozess immer irgendwie für mich sehr schwer, das so zusammenzufassen. Worum geht es eigentlich in meinem Buch? Also die Hauptfigur ist eine, naja, gescheiterte Autorin vielleicht. Also auf jeden Fall hat sie ein Buch geschrieben und schickt das an einen Verlag. Der gibt ihr eine Absage und sie ist auch eigentlich ein bisschen froh darüber, weil sie eh super unsicher ist mit dem, was sie macht. Und dann gibt es gleich zu Beginn der Geschichte einen Zeitsprung und da erfährt die Autorin dann, dass ihr Buch doch erschienen ist bei diesem Verlag, aber ohne ihr Wissen. Und das geht dann alles ziemlich, das steigert sich dann immer mehr, weil dieses Buch auch total durch die Decke geht. Aber so seitens des Verlags wird sie so ziemlich, naja, man könnte fast sagen, gegaslighted. Also im Grunde ist der Konflikt in dem Buch, ach so, und es gibt natürlich auch noch die Meerjungfrauen und ein Erlebnis-Aquarium. Ja, klar. Genau, aber der Grundkonflikt ist eigentlich so eine introvertierte Person, die sehr mit sich am Struggeln ist, produziert was, will es eigentlich irgendwie raus in die Welt bringen, aber weiß nicht so richtig wie oder was. Und dann passiert das und Leute gucken darauf und Leute bewerten das und Leute interpretieren das und so ein bisschen Selbstbehauptung steckt dann drin in dem Weg für die Hauptfigur und halt auch viel Verwirrung. Und Viktoria Aal heißt das Buch, weil das Buch der Hauptfigur Viktoria Aal heißt, aber auch die Hauptfigur ihres Buchs, die Meerjungfrau Viktoria Aal, eine große Rolle spielt und da immer so dazwischenfunkt im Laufe des Comics. So ein bisschen wie so ein kleines Teufelchen, das viele auf den Schultern sitzen haben in anderen vergleichbaren Bildern. Sie ist doch eigentlich ein Teilaspekt ihres Charakters, unsere Protagonistin, so interpretiere ich das zumindest. Das ist so ein bisschen vielleicht so die extrovertiertere Seite von ihr, die aber eher schlummert, sage ich mal. Ja, das ist eine gute Interpretation. Also das habe ich schon auch so gewählt. Ich wollte irgendwie eben so eine sehr in sich gefangene Hauptfigur, auch überhaupt nicht autobiografisch angelehnt natürlich und dann halt so ein Gegenpol schaffen, was wenn sich so eine Person eine total gegensätzliche Figur ausdenkt und dann auch noch mit der ins Zwiegespräch kommt. Was passiert dadurch und was macht das dann mit einem? Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool und sehr witzig, aber auch sehr so sehr fordernd. Ja. Du machst verschiedene Aspekte von Selbstfindung zum Thema dieses Comics, so würde ich es interpretieren. Denn wir haben ja noch diese ganze Geschichte rund um diese Shows in diesem Becken mit dem Freund oder einer Person, mit der unsere Protagonistin eine Art einer Beziehung führt und da sind auch Sachen drin. Würdest du das so sagen, geht es da auch um verschiedene Aspekte von Selbstfindung? Ja, ich muss natürlich sofort einkrätschen. Es ist kein Freund, es ist halt einfach wirklich eine Freundin. Also ich merke sehr oft, dass, also jetzt so kriege ich die Rückmeldung, dass anscheinend Henry Brux ist die Hauptfigur und ist zusammen dann mit Henry, der Hauptdarstellerin der Meerjungfrauenshow, dass Henry irgendwie anders gelesen wird vom Geschlecht her. Naja. Witzig. Was war nochmal die Frage? Aspekte von Selbstfindung. Wollte, ich habe mich jetzt diese Figur auch so ein bisschen in so einer Transitionsphase oder so interpretiert. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich wollte natürlich irgendwie auch so dieses Thema Selbstfindung, Selbstakzeptanz nicht nur an dieser einen Hauptfigur so abwickeln, sondern hatte schon auch Lust irgendwie über eine Beziehung zu erzählen und eben auch noch eine andere Figur da so ein bisschen ins Zentrum zu rücken und das ist eben Henry. Ich will auf jeden Fall nicht spoilern, aber die macht auf jeden Fall auch so einen Selbstfindungsprozess durch und auch so eine Art so, okay, wie akzeptiere ich mich, wie finde ich mich wieder? Das fand ich irgendwie dann sehr schön, wie das dann zusammenging thematisch. Und natürlich auch allein schon vom Design her ein großes Thema ist irgendwie das Wasser. Es ist mit verschiedenen Blauaspekten und Tönen auch koloriert. Warum bitte dieses Wasserding? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist, glaube ich, hängt auch zusammen mit meinem vorherigen Büchlein Warnaby, was auch schon so maritim angehaucht war. Und irgendwie fand ich das sehr witzig, bei diesem Wasserthema zu bleiben, bei diesem Meeresthema. Und ich glaube, das kam dann einfach darüber, dass mir dann dieses Erlebnis-Aquarium-Setting so Spaß gemacht hat. Also da ging es dann los mit Wasser. Dann bin ich bei der Meerjungfrau hängen geblieben. Und ich weiß nicht, ich glaube, mich fasziniert schon dieses Abtauchen ins Wasser und diese Welt dann unter Wasser, das ist irgendwie schon was Cooles, was irgendwas anscheinend mit mir macht. Also zieht mich bisher so ein bisschen so durch und ich bleibe vielleicht noch ein bisschen dabei. Das heißt, du bleibst ein bisschen dabei. Es könnte also durchaus passieren, dass wir noch weitere Dinge von dir erwarten können, die unter Umständen dann auch in diese Richtung gehen. Arbeitest du gerade schon an was, von dem du erzählen kannst? Ja, ich arbeite schon an was. Ich war so, okay, jetzt ist das Viktorial-Buch durch. Jetzt kann ich endlich mich auch wieder auf was Neues konzentrieren. Es wird jetzt nicht unter Wasser spielen, aber es wird, so wie es jetzt zumindest aussieht, außer ich verwerfe nochmal alles, wird es um eine Insel gehen, um eine einsame Insel, die eben auch so von Wasser umgeben ist. So ein bisschen Kontrast zu dem Buch jetzt, wo ja sehr… Urban irgendwie. Genau, schon urban und viele Leute und eben diese Show und so diese Meerjungfrauenshow und jetzt so ein bisschen reduzierter und mehr so, was schon bei Viktorial auch so ist, aber wieder so ein Blick in verschiedene Hauptfiguren. Naja, und ich möchte da vor allen Dingen irgendwie meine Erfahrung verarbeiten vom Weg zur Diagnose, dass ich auf dem autistischen Spektrum bin. Also in meine Bücher versuche ich immer so persönliche Aspekte reinzubringen, was mich gerade am meisten so umtreibt und das ist eben gerade so dieser Weg, ja. Sehr gut. Darum wird es irgendwie gehen. Du hast gesagt, das Buch ist durch, aber so ganz durch ist es ja gar nicht, weil wir hier zum Beispiel auch Lesungen haben. Ich habe gesehen, hier beim Salon war, glaube ich, eine Lesung. Vielleicht kannst du mal da ein bisschen erzählen, wie funktioniert diese Lesungen, wie läuft das ab, wie reagiert dir das Publikum? Ja, das ist immer sehr cool. Genau, ich hatte die Lesung am Donnerstag mit Ika Sperling. Ich mag tatsächlich auch immer sehr gerne, wenn ich nicht alleine lese, sondern wenn das so ein Gruppenformat ist, dass man noch mit einer anderen Person das macht. Genau, also ich mache tatsächlich das so, dass ich dann einfach so Panel für Panel präsentiere und das dann eben so ein bisschen performativ lese. Und ich habe so zwei kleine Musikinstrumente immer am Start. Einmal so ein Kasu, das ist so eine Tröte, die ist eigentlich sehr cool. Und dann noch so ein kleines Xylophon. Das machen ja auch alle Comiczeichnenden immer ganz unterschiedlich, solche Lesungen. Und ja, also ich finde die Lesung sehr schön. Das kann man dann so ein bisschen abspulen, so dieses Programm. Und das macht auch Spaß, aus dem Buch zu lesen. Und es ist natürlich einfach, klar, unterm Strich immer eine Herausforderung, auf so einer Bühne zu sitzen und da so auch mit den Fragen und so. Aber es macht auch Spaß. Also es ist sehr schön. Ich bin trotzdem immer nervös, aber ich möchte es nicht missen. Also das ist ja auch das, wofür man das so ein bisschen macht alles. Absolut. Ja. Da sprichst du auch einen ganz wichtigen und großen Punkt an, nämlich die Fragen und generell das Feedback des Publikums. Du hast ja auch Signierstunden, du sitzt ja auch bei Reprodukt. Sieht ja nicht, ob du noch woanders sitzt. Und da diese Signierstunde hast, mir reagiert das Publikum. Du musst fragen, stellen die, was wollen die wissen? Wer liest diesen Comic überhaupt? Das ist eine gute Frage. Also ist natürlich jetzt, wenn man zu Hause sitzt und so dieses Buch draußen ist, kriegt man das ja nur so bedingt mit. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, wer liest es. Aber ich hoffe, dass es vielleicht vor allen Dingen auch Leute lesen, die selber manchmal mit mentaler Gesundheit irgendwie am Hadern sind und da so ihren Weg finden müssen, dass die damit irgendwie so sich gut identifizieren können. Das wäre so die Hoffnung. Aber auch, dass so der Humor vielleicht irgendwie die Leute gut abholt. Zumindest holt er mich dann immer ab. Ich finde es immer selber alles extrem witzig, was ich mache meistens. Naja, die Signierstunden sind auf jeden Fall cool. So viel kommt man gar nicht ins Gespräch. Aber ein paar nette Gespräche waren auf jeden Fall. Weiß ich nicht, könnte mir auch vorstellen, dass bei meinem Buch vielleicht die Leute, die dann zu so einer Signierstunde kommen, auch eher nicht die Leute sind, die dann so super lang sich unterhalten wollen, sondern auch vielleicht ein bisschen introvertierter sind. Und das ist auch voll okay. Also ich erwarte gar nichts. Ihr könnt einfach vorbeikommen und es ist alles ganz, ganz zwanglos. Einfach vorbeikommen, einfach signieren lassen und vor allem einfach lesen und genießen. Ein Comic, der mir Spaß gemacht hat. Ich habe hier viele tolle Sachen drin gesehen und ich denke, man kann hier auch ganz viel ruminterpretieren. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, liebes Publikum. Kurz nochmal zum Salon. Ich würde tatsächlich mal deine Perspektive auf den Salon interessieren. Wenn ihr ist dein erster, hast du schon andere mitgenommen. Wie sind deine Erfahrungen in diesem Jahr hier beim Salon? Also das ist jetzt mein zweiter Salon. Ich war vor zwei Jahren das erste Mal da. Da noch so im Rahmen von der Hochschule am Stand. Ja, ist wieder nur meine ganz persönliche Erfahrung. Ich finde es sehr überwältigend, aber auch einfach super schön, endlich mal so die ganzen Leute zu sehen, mit denen man auch viel immer nur so aus der Ferne kommuniziert. Dann zumindest mal für diese paar Tage mal in den Austausch zu kommen. Das ist einfach schön und man kann irgendwie lange noch davon zehren, habe ich immer das Gefühl und ist danach auch sehr wehmütig. Ja, man muss schon so seine Kräfte beisammen behalten, würde ich sagen, wenn man so ein ganzes, so ein langes Wochenende durchzieht dann hier. Aber ja, es ist super, dass es das gibt und ich hoffe, dass ich noch lange so Teil davon sein kann. Ich hoffe auch, dass wir uns spätestens in zwei Jahren wieder hier sehen. Gerne mal ein bisschen mehr Sonnenschein. Ansonsten ein tolles Festival und noch vielen Dank für deine Perspektive. Liebe Wiebke, danke, dass du da gewesen bist. Danke fürs Vorstellen von dir und deiner Arbeit. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Viktoria Ahl. Ja, dankeschön. Ciao. Tschüss. Sie kenne ich persönlich seit ungefähr drei, zwei, zwei Jahren vom Sehen, von ihrer Arbeit, von dem, was sie macht. Sie ist Comic-Künstlerin, natürlich. Sie ist auch ausgezeichnete Comic-Künstlerin, hat vor zwei Jahren den Max-und-Moritz-Preis zum Beispiel gewonnen. Und sie war auch schon aktiv mit dabei, als wir uns in Berlin getroffen haben zur Comic-Expansion. Sie ist überall am Start und ich freue mich wirklich sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns mal zusammen vor Mikrofone zu setzen. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin Aisha. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Erzähl mal, fetter Tag, Comic-Salon ist jetzt auch ein bisschen auch, viel Kraft hat es mich gekostet. Wie sieht es bei dir aus, wie ist bei dir die Stimmungslage? Also diese Ausgabe war für mich tatsächlich so ein bisschen, also gleichzeitig entspannter als sonst, aber auch anstrengender, weil ich war ein bisschen angeschlagen, aber ich habe mir deswegen auch nicht zu viel vorgenommen. Also es war, ich habe ein neues Buch raus, also ein Kindercomic, das ist so meine Premiere im Kindercomic-Bereich. Das heißt, es war ganz aufregend, auch mal eine Lesung vor Kinderpublikum zu machen, aber dann noch ein bisschen signieren und eben sich Sachen anschauen, aber es ist, wie es ja so ist. Also man sieht immer so einen Bruchteil dessen, was hier angeboten wird. Absolut, Riesenbeanstaltungen und nicht mal alles taucht im Programm auf. Also es ist wirklich schon sehr viel. Ja, vielleicht holen wir unser Publikum nochmal kurz ein bisschen ab, auch vielleicht zu dir. Erzähl doch mal so ein bisschen von dir, wie ist das mit den Comics eigentlich passiert? Du machst ein paar Comics, warum eigentlich? Ja, eigentlich kam das, irgendwann ging mir so das Licht auf, als ich Comics entdeckt habe, die eben nicht so die klassischen Asterix, Obelix waren, mit denen, also die kannte ich zwar als Kind, aber ich habe jetzt nicht irgendwie deswegen gedacht, ich muss jetzt irgendwie Comics zeichnen. Und als ich dann eher so, es war so ein bisschen amerikanischer Underground, aber dann ging das auch los, dass ich so ZeichnerInnen aus dem französischen Raum, aber eben auch skandinavischen Raum kennengelernt habe, meistens dann übers Fumetto Festival in Luzern. Und da ging mir so das Licht auf, weil ich habe eigentlich Animationen am Anfang machen wollen. Und dann war ich an der Kunsthochschule und habe gemerkt, ah, aber es ist ja Geschichten erzählen und zeichnen, das geht ja auch anders. Und ich bin eher so ein bisschen gerne einzelgängerisch unterwegs, wenn es um die Arbeit geht. Das kennen glaube ich viele, deswegen kam das dann irgendwie, war das so eine ganz natürliche, so eine ganz logische Schlussfolgerung eigentlich. Ich brauche Papier und Stift und mache Comics. Ganz im Fokus dann komplett um die Sachen kümmern, auf die man so richtig Bock hat. Und scheinbar hatten viele Menschen auch Bock damals auf Work-Life-Balance. Ein Comic, der wahnsinnig eingeschlagen ist. Lass, bevor wir zu dem aktuellen Buch zu sprechen kommen, vielleicht nochmal kurz darauf zurückgehen, worum geht es da eigentlich? Ist das jetzt für Zeiten des Homeoffice eigentlich das perfekte Comic? Es wäre ja schön, wenn ich einen perfekten Comic für irgendwas schreiben würde. Aber ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, für wen dieser Comic eigentlich ist. Oder ich habe eigentlich eher versucht, so ein bisschen so eine Zeit einer Generation, also meiner Generation von Menschen, ich habe mein Umfeld beobachtet und irgendwie kam man dann schnell auf das Thema Arbeit. Irgendwie ist das halt einfach das, was uns am meisten umtreibt. Und das ist auch zu einer Zeit entstanden, wo viele, die vielleicht eher in Berlin erstmal lange ohne irgendwelche festen Jobs ausgekommen sind, ein bisschen Lebenskünstler oder KünstlerInnen oder eben andere Sachen gemacht haben, dann auf einmal gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie, also jetzt müssen wir irgendwie mal ran. Und dann war das eben deswegen so eine Mischung. Also in dem Buch geht es ja auch zum einen um Kunst oder eine Künstlerin. Dann gibt es eben auch so jemanden, der so eher in der Gig-Ökonomie arbeitet, aber eigentlich auch Programmierer ist und dann eben natürlich so ein Start-up spielt eine Rolle. Und weil das so allgegenwärtig ist und vor allem in Berlin überall die Start-ups irgendwo aus dem Boden sprossen. Und dann natürlich ich auch dann Leute kenne und so Anekdoten dann gehört habe von Leuten, die dann irgendwie angefangen haben, in irgendwelchen Start-ups zu arbeiten. Also das war so ein Mischmasch aus allem. Und ich würde sagen, das ist dann zufällig auch entstanden in einer Zeit, wo dann, also während Corona tatsächlich, da habe ich dann intensiv angefangen, das Buch zu machen und zu zeichnen. War das irgendwie auch nochmal so Thema, irgendwie Arbeit und wie geht es weiter und viel, also wie durch so ein Brennglas irgendwie. Also eine Perspektive auf die Arbeitswelt und vielleicht auch den Einstieg in jene. Mit verschiedenen coolen, auch urbanen, aktuellen, modernen Aspekten. Deswegen wahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht zu Unrecht mit dem Max und Moritz Preis ausgezeichnet. Und jetzt hast du gemeint, jetzt geht es mit Kindercomics weiter. Und ey, das ist ein Thema, das mich gerade brennt, interessiert aus privaten Gründen. Erzähl mal, was hast du denn aktuell da hier beim Salon, was du präsentierst? Also das Buch, was jetzt erschienen ist, heißt Drei aus der Zukunft. Es geht um drei Freunde, die in der Zukunft leben. Aber es ist eigentlich eine Zukunft, die ist jetzt nicht so weit von unserer entfernt. Also das ist, ich habe das in dem Comic markiert auf 2065. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt trotzdem eine sehr ausgedachte Welt. Also fiktive Welt, die unserer sehr ähnlich ist. Und das Thema Zukunft ist aber eigentlich eher, es ist eigentlich eher das Setting. Und spielt sich so im Hintergrund auf. Aber eigentlich geht es um die Freundschaft dieser Kinder oder vielmehr um kleine Abenteuer, die sie erleben. Das sind Episoden, abgeschlossene Geschichten. Das ist eine Sammlung von mehreren Geschichten. Und zwar basiert das auf einem Comic, zweiseitigen Comic, man könnte sagen Strip, aber oder kurzer Comic, der in dem Kindermagazin der Zeit erschienen ist, in der Zeit Leo. Also ich mache den seit 2019 tatsächlich. Vor mir war ja Thomas Wellmann. Hat er daraus auch bei Rottopul dann Nicolotte Mangold gemacht. Und das ist eben jetzt so quasi mein Start. Ich habe den jetzt abgeschlossen mit Zeit Leo und bringe jetzt die gesammelten Folgen in mehreren Bänden als Buch heraus. Ja, vor allem ist Zukunft und ist ja irgendwie auch eine Menge Science Fiction. Und ich finde, von Science Fiction Kindercomics können wir nicht genug kriegen. Wir müssen die rechtzeitig dazu bringen, die richtigen Dinge zu gucken und zu lesen und zu hören. Wie sieht es aus? Bist du Science Fiction Fan? Also ja, auf jeden Fall. Obwohl ich glaube, mich interessiert dann immer so eine Science Fiction, die schon so ein bisschen nahbar ist oder die sich immer noch mit unserer Realität irgendwie auseinandersetzt. Also immer so dieses ein bisschen vorangehend. Also zum einen, ich finde zum Beispiel, ja, also Ray Bradbury fand ich immer super cool. Zum einen, es ist ja aber auch schon ein bisschen älter und so aktueller, so Filme wie Her, die, ich weiß gar nicht, wann der erschienen ist. Joaquin Phoenix. Genau, mit Joaquin Phoenix. Und da war das eigentlich, also diese Realität ist ja jetzt einge-, also die ist ja jetzt wirklich, es ging ja jetzt aktuell sogar irgendwie um diese Stimm-AI-Stimme mit Scarlett Johansson, die ja die Stimme gefehlt hat in dem Film. Und ich finde das irgendwie, mich interessiert das immer, was eigentlich schon, was man sich so ausdenken kann. Also im Comic hat man ja auch die Möglichkeiten, sich alles irgendwie selber zu bauen, so eine Realität, und sich dann so Gadgets auszudenken und dann wartet man irgendwie fünf oder zehn Jahre und dann gibt es das wirklich so. Ja. Und das finde ich irgendwie am interessantesten, irgendwie so eine leicht, also ein bisschen Distanz zu unserer Realität, aber eigentlich geht es irgendwie trotzdem noch um die Menschen darin und um das Zwischenmenschliche und wie wir uns vielleicht mit so einer technologisierten Welt auseinandersetzen. Und jetzt im Kindercomic konkret würde ich sagen, es ging eher so um den Spaß dabei, dass man irgendwie so, also erstmal so visuell hatte ich total Bock. Ich habe nicht so Lust, immer so eckige, kantige Häuser zu zeichnen, also ist alles eher rund. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe selber eine Tochter, die ist mittlerweile sieben und manchmal kommen natürlich von ihr auch tolle Ideen, also ich fange mit so einem Strip an und denke so, oh, ich brauche noch irgendwas, was hier so zukunftsmäßig irgendwo cool aussieht und dann hat sie dann oft eine Idee. Ach cool. Also sowas wie eine Wasserrutsche, die aber rückwärts funktioniert. Fantastisch. Wo man aufgesaugt wird. Oder solche Kindergedanken, Kinderideen, die hat man ja als Erwachsene noch nicht mehr. Also es ist Teamwork gewesen, dieser Comic. Zum Teil, ja. Also sie war aber auch, sie hat die dann auch Probe gelesen, so zu sagen. Aber das heißt eben auch, und das finde ich immer ganz wichtig, auch was die Zielgruppe betrifft, man ist auch im selben Alter, das kann ich mit meiner 6. Jährigen auf jeden Fall ganz gut lehnen. Und es war auch ganz schön, ich hatte gestern eine Lesung und das ist ja für mich auch jetzt Premiere, also ein ganz neues Publikum und dann habe ich dann mit den Kindern auch noch besprochen und haben ja noch ein bisschen live gezeichnet und gefragt, was hättet ihr denn eigentlich gerne so in eurem Alltag, welche Erfindungen, die irgendwie so ein bisschen zukunftsmäßig sind und die haben dann natürlich dann gleich total super Ideen, und auch so praktische Ideen, also sowas wie, ja, eine Maschine, die die Hausaufgaben für einen macht oder so. Also, ne, ist ja logisch. Was auch sonst, natürlich. Ja, was auch sonst. Hat man mehr Zeit zum Spielen. Und cool, das finde ich ja richtig toll, weil ich denke, dass tatsächlich Kindercomic insbesondere und auch das Vortragen vor den Kindern und so, das ist auf kurz oder lang eine der wenigen Möglichkeiten, die wir noch haben, den Comic am Leben zu erhalten. Wir brauchen neue Lesende. Siehst du das auch so? Gehst du auch ein bisschen mit dieser, ich sag mal, Comicbotschafterin-Perspektive an dieser Lesung? Diese Kinder brauchen, wir brauchen Nachwuchs. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich bin total überrascht darüber, wie empfänglich die Kinder sind. Das ist natürlich für die so ein Spektakel, also anders als jetzt einfach ein Filmscreen, was natürlich auch für Kinder super ist. Aber du sitzt da, trittst mit ihnen in Dialog und die tauchen in die Welt an und ich merke das ja bei meiner Tochter oder auch Freunden meiner Tochter, wie schnell die vielleicht noch gar nicht mit Comics so in Berührung gekommen sind. Ich bin natürlich auch im Freundeskreis meiner Tochter, wir verschenken eben immer Comics, weil das natürlich auch nochmal so dieses, ne, quasi dieses Verbreiten, ich im Hinterkopf habe. Und dann ist es immer, finde ich es immer total schön zu sehen, wie natürlich die und wie automatisch die Kinder irgendwie auf Comics reagieren. Das ist irgendwie sowieso eine ganz natürliche Leseweise und mit Lesungen natürlich umso besser. Also, die sind dann total begeistert erstmal in dem Moment und haben dann schon, also meine Tochter zum Beispiel, wenn ich es aus ihrer Perspektive sehe, die will natürlich dann auch, ja klar, ist ja auch eine gute Marketing-Sache, will dann natürlich die Bücher dann auch gleich immer kaufen, die vorgelesen werden. Aber dann ist es für sie ja nochmal so ein toller Einstieg, das selber zu lesen, weil sie quasi ja schon diese Lesung gehört hat und das quasi dann auch mit den Stimmen dann auch macht und irgendwie. Und ich glaube, klar, also unbedingt, also mehr lesende Kinder-Comics unbedingt weiter. Also, wie gesagt, das ist für mich was ganz Neues und ich habe das Gefühl, ich trete gerade in so eine ganz neue Welt des Comics selber ein. Weil wenn man sich in der Erwachsenen-Comic-Welt bewegt, ist das, natürlich kennt man da schon so ein bisschen die Orte, die Wege, die Leute. Und für mich ist es jetzt total spannend, dass es auch alles ein bisschen anders auch funktioniert und so eine andere Art der Wertschätzung auch nochmal. Dann lass doch gleich nochmal, vielleicht auch das nochmal von der anderen Seite sehen, wie ist es denn aus kreativer Sicht, aus der Sicht der Person, die dann auch diese Comics ja machen muss, da gehst du ganz sicher ganz anders ran, als an eben Comics für ein erwachsenes Publikum, oder? Wie sieht es jetzt konzeptionell aus von der kreativen Phase? Also, für mich war das eine riesige Herausforderung. Also, bei dem Comic, dadurch, dass es so kurze Geschichten sind, ich hatte limitierten Platz natürlich und musste dann innerhalb dieser zwei Seiten immer eine abgeschlossene Geschichte erzählen in der Welt dieser Kinder. Das war für mich unglaublich schwierig, weil ich eigentlich eher eine Zeichnerin bin oder eine Autorin, die einfach so ein bisschen drauf los erzählt und dann guckt, was sich so entwickelt. Und da muss man quasi mit, du musst natürlich auch für Kinder, kindergerecht kommunizieren und bestimmte Tropen direkt gut darstellen. Also, du hast dann vielleicht irgendwelche Sachen, die mehr symbolhaft, also dann ist es natürlich schwierig, du lebst in der Zukunft, dann sehen Dinge anders aus, aber sie müssen ja trotzdem sofort verstanden werden. Zum Beispiel, wenn jetzt, haben die Kinder jetzt vielleicht keine Smartphones mehr in der nahen Zukunft, das ist dann vielleicht ein Hologramm, aber wie kannst du das darstellen, dass es trotzdem klar ist, die telefonieren jetzt oder, obwohl es ein anderes Gerät ist irgendwie. Und solche Sachen, ohne viel zu erklären, fand ich eine große Herausforderung. Und natürlich, dieser Comic speziell ist halt auch eher, ich würde mal sagen, es ist so ein Slapstick-Comic. Das ist so eine ganz andere Art für mich zu erzählen. Also, es sind wirklich eher so, es gibt immer irgendein Problem, das gelöst werden muss. Manchmal wird alles nur noch, oder eine verrückte Idee, dann wird irgendwas, geht alles total schief und es wird nur noch schlimmer. Und am Ende gibt es irgendwie so eine witzige Auflösung. Und das war, also, hatte ich so noch nie gemacht. Und das hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht. Also, ich habe total viel gelernt darüber. Und ich glaube, wenn ich nochmal von Anfang an jetzt einen neuen Kinder-Comic mache, vielleicht ein richtiges, also so ein Buch, keine Episoden. Also, da hätte ich, glaube ich, Lust drauf, weil da würde ich ja nochmal ganz anders rangehen. Da müsste ich irgendwie, müsste ich mir überlegen, was will ich da eigentlich für eine Welt erschaffen. Dann hätte ich vielleicht mehr Zeit und Raum. Und ich glaube, mir lege, also ich lese am liebsten Comics oder Kinder-Comics, die auch wirklich auch so ein bisschen seltsam und weird sind. Also, so ein bisschen so was, wenn ich jetzt so an AutorInnen denke, sowas eher Richtung Lewis Carroll und Janosch oder so. Also, so Geschichten, die eigentlich weniger Sinn machen, aber eben sehr witzig sind und so einen eigenen Humor und so eine eigene Welt entwickeln. Gestern hat den Gurke Award gewonnen, hier die Oma Gurke vom, also Sascha Süßefeld und seinem Kollegen, der mir gerade nicht einfällt, eine Petri Kürpel. Stefan Lomp hat den gezeichnet. Genau. Und das sind genau die Sachen, die auch gerade Spaß machen, die gut funktionieren, weil eben auch der Humor bei Kindern ganz anders läuft. Sagen wir mal, er ist weniger subtil und er ist eben, im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal auch einfach auf die Kacke. Das ist tatsächlich einfach eine andere Herangehensweise. Und es fasziniert, dass Kinder so unter Umständen einen ganz guten Einstieg eben auch in die Gattung Comic finden. Freut mich sehr. Eine Frage noch kurz zum Schluss. Wir haben uns ja unter anderem auch getroffen bei der Comic Expansion, von der ich gesprochen hatte. Da hast du eine Veranstaltung, ein Workshop quasi, was war ein Workshop, waren es, geleitet und da verschiedene Dinge dann auch beigetragen. Wirst du wieder dieses Jahr bei der Expansion dabei sein? Weißt du das schon? Nee, dieses Jahr leider nicht. Also wenn sie in Berlin gewesen wäre, hätte ich es vielleicht geschafft, aber leider kann ich nicht anreisen. Aber ich bin trotzdem gespannt, was dabei rauskommt natürlich. Absolut. Das bin ich auch. Ja Mensch, Eisha, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Blicke ins Machen von Kindercomics. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Ciao. Das nächste Gespräch hier in diesem Superduper Special, das wir im letzten Special zum Comicsalon Erlang aufzeichnen und veröffentlichen werden, haben wir tatsächlich nach dem eigentlichen Salon aufgenommen. Er ist schon einige Wochen her und ich hatte mega Lust, mich trotzdem nochmal mit ihm zu unterhalten, über seine Arbeit zu sprechen, die ich nämlich ganz aktuell gelesen habe. Denn wir haben das große Glück gerade beim Avant Verlag. Der verkehrte Himmel lesen zu dürfen. Ein Comic, von dem mir bereits zwei Menschen gesagt haben, es ist bereits jetzt deren Comic des Jahres. Außerdem habe ich diese Person, ihn heute, hier und jetzt, überhaupt schon mal grundsätzlich, auch schon mal persönlich getroffen. Ich habe ihm schon mal die Hand geschüttelt, denn wir saßen bei einer Lesung in Frankfurt am Main vom Nikolaus Mahler. Jakob Hoffmann hat ihn mir vorgestellt, hat gemeint, hier, den kennst du doch vielleicht. Und zack, hatten wir ein Gespräch an unseren Backen. Es war sehr schön und ich weiß gar nicht, wo ich hier aufhören und wo ich hier anfangen soll, von jemandem zu sprechen, der natürlich schon den Max und Moritz Preis gewonnen hat. Mehrfach den Rudolf Dirks Award, der unfassbar viele Ausstellungen mitgemacht hat, der Stipendien bekommen hat, der ständig irgendwo interviewt wird und trotzdem Zeit hat, heute hier und jetzt dabei zu sein. Also ich freue mich sehr. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ja, hallo, ich bin der Micha. Moin Micha. Hi. Die Leute immer mit ihren voreiligen Schlüssen, mit dem Buch des Jahres, die wissen auch gar nicht, was ansonsten noch rauskommt. Ist ja noch weiterhin. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal ganz oben mit dabei, auch bei mir, das kann ich sagen. Denn ich habe das vor kurzem, also jetzt die Tage erst lesen können und ich war wirklich sehr angetan. Ich freue mich deswegen sehr, dass wir darüber sprechen können. Ich habe auch inzwischen fast komplett der Umfall noch nachgeholt. Der war nämlich auch lange überfällig auf meiner Liste. Und wenn man hier über deine Bibliografie drüber geht, dann sind da wirklich viele tolle Sachen dabei. Denn ich hatte ihn gerade schon erwähnt, den Jakob Hoffmann, den du glaube ich auch ganz gut kennst. Der hat ja noch Polle am Start. Da hast du auch schon was gemacht. Vielleicht gehen wir erst mal einen Schritt zurück. Scheinbar bist du Comic-Künstler. Lass doch mal die ganz allgemeine Frage in den Raum stellen. Warum eigentlich? Weil ich, also weil man zuerst Comic-Leser ist und dann irgendwann Comic-Zeichner wird. Also das ist glaube ich der allgemeine Weg von den meisten Menschen, die irgendwann Comics machen, kann, dass sie irgendwo mit Comic-Leser anfangen und dann irgendwo bei Comics machen enden. Und so war das bei mir auch. Also ich habe als Kind sehr begeistert Comics gelesen, sehr viel auch und sehr intensiv. Ich habe quasi mit Tim und Struppi lesen gelernt sozusagen. Und das ist irgendwie nie weggegangen. Das ist immer, diese Faszination für das Medium ist immer geblieben. Die einen, die zeichnen dann in ihrem privaten Umfeld Comics, die anderen packen das vielleicht dann auch mal in eine Schülerzeitung und dann gibt es natürlich auch das Level, für das du stehst. Nämlich für eine ausgeprägte Expertise, für ein professionelles Arbeiten am Comic. Dieses professionelle Arbeiten sehen wir, wenn wir hier drüber gehen, über die ja letztlich auch allein schon Stipendien, die du bekommen hast. Das wird wahrgenommen bei einem breiten Publikum. Es war also schon auch noch von dir eine ganz bewusste Entscheidung, Vollgas professionell in den Comic und auch in die Illustration einzusteigen. Wie kam es dazu? Ja, eigentlich gar nicht so, überhaupt nicht professionell. Also ich habe erstens sehr lange gebraucht, um dorthin zu kommen. Das hat sehr, sehr, sehr sich langsam entwickelt. Und ich habe lange Zeit überhaupt keine Comics zeichnen können. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Sei es von dem Text oder von der Story oder von den Bildern, nichts hat funktioniert. Und so eigentlich erst über dieses jahrzehntelange dranbleiben, hat sich dann irgendwann bei mir gezeigt, ja, jetzt kann ich plötzlich was. Und es geht ein bisschen mehr und es geht irgendwie eine längere Geschichte. Mal so ein Mittelformat, irgendwie zehn Seiten gehen plötzlich. Und das war für mich dann immer eine totale Überraschung, weil ich immer dachte, ja, das ist zwar dein Traum. Du willst Comics seiner werden, aber du kannst es halt nicht. Und dann über dieses kontinuierliche dranbleiben und immer wieder versuchen, hat sich das dann so langsam sehr, sehr unmerklich verändert in eine bessere Richtung. Und da gab es eben, wie ich schon erwähnt habe, auch verschiedene Preise. Es gab Ausstellungen und wirklich eine Menge Menschen haben deine Werke gelesen. Zu Recht. Jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe hier so viele tolle Stipendien gefunden, die du scheinbar alle gekriegt hast. Und ich bin ein bisschen irritiert, ob es nicht teilweise dieselben sind. Dieser Podcast hier, der wird gehört auch von sehr vielen Comic-Artists. Das heißt also, junge, aufstehende Comic-KünstlerInnen hören das und nehmen da manchmal auch Informationen mit. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Welt der Stipendien entführen, bevor wir dann natürlich auch auf dein aktuelles Werk, der Verkehrte Himmel, zu sprechen kommen werden. Ich habe hier auf jeden Fall gefunden, das Comic-Stipendium der Kulturverwaltung des Berliner Salats. Ich habe aber auch gefunden, dass der Deutsche Literaturfonds ein Stipendium vergeben hat und auch dann noch Recherchestudien und so weiter. Du warst auch Finalist der Bertolt-Leibinger-Stiftung. Erzähl doch mal, sind das teilweise dieselben Stipendien gewesen oder nicht? Das sind alles verschiedene Stipendien. Also das eine ist das Stipendium des Berliner Senats. Da können sich alle Berliner dafür bewerben. Das ist einem im Jahr. Es ist, glaube ich, inzwischen für den Hauptpreisträger 24.000 Euro, für die Nebenpreisträger etwas weniger. Das ist für die Berliner speziell. Dann gibt es eben jetzt seit ganz Neuem, seit letztem Jahr ein Stipendium vom Bund. Das ist eben der Literaturfond, wo zum ersten Mal die Comiczeichner wirklich nicht nur von der Stadt gefördert werden, sondern eben auch vom Bund. Dass wir da reingekommen sind, das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Das ist auch einmal im Jahr die Bewerbung. Und das dritte ist die Bertolt-Leibinger-Stiftung. Das ist eine private Stiftung, die einen Comicpreis jedes Jahr vergibt. Und da kriegen dann die Finalisten, glaube ich, 2.000 Euro und der Preisträger, glaube ich, auch um die 20.000 Euro. Und dann gibt es noch, ich glaube, Hamburg hat noch einen Comicpreis, ein Comicstipendium, denke ich. Und inzwischen kommen so ein bisschen mehr Städte dazu, die auch einen Stadtcomicpreis oder Comicstipendium anbieten. Und dann gibt es noch so etwas kleinere Sachen, wie ich zum Beispiel angefangen habe. Ich habe jedes Jahr an das Frumetto, das ist ein Comicfestival in der Schweiz, beim Wettbewerb mitgemacht. Da reicht man, also zu meiner Zeit waren es vier Seiten, die man einreicht. Und es gibt auch Preisgeld dafür so. Und das war für mich eine super Übung, dass jedes Jahr, also auch während meiner Berufsausbildung, wenn ich eigentlich einen ganz anderen Job hatte, immer diese vier Seiten zu machen, einmal im Jahr, um einfach diese Übung anzuhäufen. Dieser Deutsch-Literaturfonds, also quasi die Förderung auf Bundesebene, die du zuletzt bekommen hast, ist sie dann resultiert in deinem aktuellen Werk, Der verkehrte Himmel? Oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? Das ist alles Förderung, die in das jetzige Buch eingeflossen ist, ja. Also das Buch hat ja auch sehr lange gedauert. Von der Recherche bis zum fertigen Buch hat es, glaube ich, dreieinhalb Jahre gedauert. Und je nachdem, wie man rechnet, von der ersten Idee war es dann nochmal länger. Und da ist es in Deutschland schon so, dass wir uns als, also unsere Leserschaft ist teilweise noch so klein, dass du dich niemals über deinen Buchverkauf finanzieren kannst. Also das ist nicht möglich einfach. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten oder drei. Entweder du machst einen Hit und du hast einen Bestseller und dann kannst du von deinen Buchverkäufen leben. Aber das ist natürlich sehr, das passiert einfach selten. Die zweite Möglichkeit ist, einen Nebenjob zu haben und dann sich die Zeit aufzuteilen. Dann wird aber dein Comicwerk einfach wesentlich länger dauern, weil du einfach weniger Zeit hast dafür. Oder du kriegst halt eine öffentliche Förderung. Und ich habe das Glück, dass ich in den letzten Jahren mit meinen Büchern da irgendwie mit den Förderungen ganz gut einen Nerv getroffen habe bei den Juries. Und dann hattest du die Gelegenheit eben auch mit diesem Geld dann zu arbeiten und damit dich konkret auf deine Arbeiten zu stürzen. Ob das eigentlich ein trauriger Zustand ist, dass Comic-Künstler von so letztlich ihren Lebensalltag und Lebensunterhalt bestreiten müssen oder nicht. Darüber sollten wir uns auf jeden Fall an anderer Stelle vielleicht auch mal im größeren Rahmen unterhalten. Das waren ja auch wesentliche Themen beim Comic-Salon in Erlangen. Ja und nun ist es endlich erschienen mit laut Internetseite 344 Seiten kriegen wir für 28 Euro beim Avant Verlag. Endlich der verkehrte Himmel. Kann man sagen, ist das ein Haus- und Hofverlag? Ja, also beim Avant Verlag bin ich schon seit meinem ersten Buch, das zwar zuerst in Frankreich erschienen ist, lauter Leben. Und später dann auf Deutsch beim Avant Verlag. Also seitdem bin ich beim Avant Verlag. Also ich finde deren Portfolio ja unfassbar gut. Da sind im Regelfall immer Dinge dabei, die mir sehr gut gefallen. Deswegen finde ich es toll, dass auch du deinen Weg dahin gefunden hast. Ja, vielleicht kannst du denn auch gerne mal mit eigenen Worten zusammenfassen, bevor ich das hier zusammenstammel. Wovon handelt eigentlich der verkehrte Himmel? Was zeichnet das Buch aus? Uff, das fällt mir auch nicht einfach. Ich würde sagen, es ist ein Buch, was in Berlin spielt. Es ist ein Krimi, es ist ein Thriller. Es geht um Schüler in Lichtenberg. Das ist ein Stadtteil von Berlin. Und in diesem Stadtteil treffen die Schüler auf eine Welt, die ihnen selber, obwohl es ihr Viertel ist, gar nicht bekannt ist. Nämlich, dass es in diesem Stadtteil auch einen Menschenhändler gibt, der eine junge Frau ins Land geschmuggelt hat und sie aber entkommen konnte. Und also diese beiden Welten, also diese Welt, die ganze normale Alltagswelt der Schüler und diese unsichtbare Welt des Menschenhandels treffen in dem Buch, in dieser Fiktion aufeinander. Und dann passiert eine Menge sehr interessantes Zeug. Das ist also auch ein bisschen Action auf jeden Fall drin. Es ist unfassbar viel Humor drin. Es ist natürlich eine gesunde Portion auch Milieustudie mit drin. Ganz viele Dinge, die mir unheimlich gut gefallen haben und das in einem wirklich atemberaubenden Stil, der unheimlich dynamisch ist, der es mir persönlich ermöglicht hat, sehr kurzfristig auch an die Figuren ranzukommen, vielleicht sogar ein Stück weit mit denen mitzufühlen und einfach auch, weil du die Emotionen so gut einfängst, da dann eine Geschichte letztlich mitzuerleben. Das fand ich total toll. Was sofort auffällt, gerade weil ich das so selten sehe, ist, dass deine Protagonistinnen eine Bruder und Schwester sind aus einer vietnamesischstämmigen Familie. Wie kamst du der Entscheidung zur Abstammung? Das hat, also man muss dazu sagen, ich bin, also wenn ich keine Stipendien bekomme, dann bin ich auch auf Nebenjobs angewiesen. Und einer meiner Nebenjobs ist, dass ich so eine Art Aushilfslehrer die letzten sieben Jahre war und hauptsächlich an Lichtenberger Schulen unterrichtet habe. Da habe ich 2015 mit einer Freundin, mit Maki Shimizu, die ist auch Comiczeichnerin, auch sehr gute Bücher, zusammen dort angefangen, an einer Willkommensklasse einmal die Woche zu unterrichten, nämlich einen Comic-Kurs zu geben. Und daraus hat sich dann das weiterentwickelt, dass wir auch an ganz reguläre Grundschulen irgendwann gegangen sind. Und ja, eigentlich aus dieser, aus diesen sieben Jahren Unterricht in Lichtenberger Schulen speist sich irgendwie ein Teil des Buches, ist ein Teilaspekt der Recherche für mich gewesen. Und da ist es so, dass Lichtenberg ein bisschen eine Besonderheit hat, nämlich, dass dort sehr viele vietnamesische Vertragsarbeiter in der DDR angekommen sind. Das war damals so ein Deal zwischen der Volksrepublik Vietnam und der DDR, dass die DDR hat Arbeitskräfte gebraucht. Vietnam hat Know-how gebraucht und Ausbildungsplätze. Und dann gab es eben diesen Austausch, dass Vietnamesen kommen konnten, dort eine Berufsausbildung erhalten haben und arbeiten mussten und konnten. Und das hat sich dann total verändert, gleich nach der Wende, weil dann ist in der DDR die Wirtschaft ein bisschen von Westdeutschland übernommen worden und sehr viel dicht gemacht worden. Plötzlich gab es keine Arbeitsplätze mehr. Und dann wurde sofort gesagt, okay, die Vietnamesen müssen nach Hause gehen. Und von den Vietnamesen, die es geschafft haben zu bleiben, sind eben ganz viele in Berlin-Lichtenberg. Und deswegen gibt es in Lichtenberg diese große Community an Wirtdeutschen. Und das ist natürlich auch in den Schulen so. Deswegen habe ich sehr viele wirtdeutsche Kinder kennengelernt. Und das ist ein Grund, warum Protagonisten in dem Buch eben auch wirtdeutsch sind. Und hast du dann über deine Tätigkeit an diesen Schulen, wo du dann auch mit vielen wirtdeutschen zu tun hattest, diesen konkreteren Einblick in auch die persönlichen Umstände bekommen? Jetzt mal um ein Beispiel rauszugreifen. Ich persönlich kenne das tatsächlich auch aus meinem privaten Umfeld. Diese Schreine, die zu Hause stehen, in denen oftmals dann ja auch verstorbene Verwandten gedenkt wird, ist glaube ich das Wort. Ist das dann so, dass du über diese quasi persönliche Erfahrung mit diesen SchülerInnen da solche Sachen erfahren hast oder kamst du da auf andere Wege ran? Das war eigentlich dann im zweiten Schritt. Also ich habe als Lehrer, hast du natürlich auch, ist eine gewisse Zurückhaltung geboten. Also ich habe da nicht meine Schüler befragt oder da recherchiert sozusagen direkt. Das habe ich dann im zweiten Schritt gemacht, dass ich eben in Berlin Freunde und Bekannte gefragt habe, hey, kennt ihr wir Deutsche, die Lust haben auf ein kleines Interview zu bestimmten Fragen über den Alltag, über die Familienbeziehungen? Wie ist das bei euch? So, um einfach diese Details ein bisschen für mich klarer zu machen, weil ich die natürlich auch nicht kenne. Und ein dritter Teil sozusagen der Informationen von dieses Buch kam über die Wirtdeutschen selbst, die selber jetzt anfangen, sehr viel Podcasts zu machen und YouTuber sind und man darüber halt auch super viel lernen kann, weil da wird dann auch viel über den Alltag erzählt. Die Podcasts und YouTubes wieder. Die kenne ich. Ja. Sehr gut. Bevor wir darauf gleich wirklich zu sprechen kommen, weil ich weiß, dass du da auch Projekte hast, möchte ich gerne auf jeden Fall noch eine Frage einschieben zum Buch. Die letzte auch dazu, weil ich sie selbst nicht so richtig für mich beantworten kann. Ich habe das Gefühl, das ist ein Comic, der spricht auf verschiedenen Ebenen verschiedene Zielgruppen an. Er kommt in der Optik zumindest teilweise manchmal leicht Manga-esk daher. Er hat Protagonistinnen, die tendenziell eher jung sind. Das heißt, es könnte durchaus auch so ein bisschen Richtung, auch gerade weil diese Krimi-Aspekte mit drin sind, drei Fragezeichen, drei Ausrufezeichen mit drin sein. Aber es gibt dann doch auch wieder relativ, ich will nicht gleich von brutalen Szenen sprechen, aber sehr ruppige Szenen, sehr raue Szenen, unter Umständen auch, naja, sehr realitätsnahe Szenen. Ich frage deswegen konkret und nach der Zielgruppe, hast du da irgendwas im Sinn? Wer würdest du sagen, wer sollte der verkehrte Himmel lesen? Ja, das ist eigentlich mein Problem, also dass ich wirklich nicht in diesen Zielgruppen denke, wenn ich ein Buch mache, also und zwar überhaupt nicht. Also es ist mir völlig unverständlich, wie man, während man ein Kunstwerk erstellt, an seine Zielgruppe denken kann. Weil das funktioniert irgendwie für mich gar nicht. Und deswegen, wie du richtig feststellst, ist es ein bisschen schwammig, wen das ansprechen soll. Und das ist auch tatsächlich ein Problem, glaube ich, für meine Verkaufszahlen, weil es eben nicht so eindeutig ist. Und ich denke mir dann immer andererseits, es ist auch spannend, nicht zu wissen, wer deine Bücher am Ende liest. Und ich kriege dann, wenn die Bücher rauskommen, dann das Feedback, teilweise über Instagram, dass mich Leute anschreiben, Leserinnen, die sagen, oh, dein Buch hat mir gut gefallen oder dein Buch hat mir nicht gut gefallen. Und die erzählen dann meistens ein bisschen auch, wer sie sind und wo sie herkommen. Und das ist immer völlig unterschiedlich, wer da dann schreibt. Also da merke ich dann so, dass meine Leser ganz andere Leute sind, als ich vielleicht denke oder dass ich das planen könnte. Dann lass doch am Ende auf jeden Fall nochmal ganz kurz zu deinen sonstigen Projekten zu sprechen kommen. Ich weiß, dass du mit dem Jakob Hoffmann einige Dinge gemacht hast. Ich weiß noch nicht genau, wie aktuell das ist. Du hattest im Vorgespräch schon gemeint, dass du auch YouTube-Dinge machst und da auch regelmäßig ein Mikro für auspacken musst. Erzähl doch mal, wenn du gerade nicht an Schulen bist und wenn du gerade keine Comics zeichnest und schreibst, was machst du denn da zum Beispiel so im Internet? Also wir haben tatsächlich ein ganz, ganz kleines, einen ganz kleinen YouTube-Kanal zusammen mit eben Jakob Hoffmann. Machen wir das zu zweit. Wir interviewen Comiczeichner und Comiczeichnerinnen. Der Kanal heißt Comic Sans, wie die berühmte Schrift. Und also wir sind sehr klein und wir machen sehr unregelmäßig Videos. Diese Interviews und Videos. Aber wir arbeiten dran. Also wir hoffen, dass es im nächsten Jahr mehr wird, weil jetzt das Buch gerade fertig ist und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit für sowas. Ich dürfte das meiste von diesem Kanal gesehen haben und ich kann sagen, dass es auf jeden Fall einen Blick wert ist. Ich habe da sehr, sehr tolle Gäste. Also einmal alle, die da sind. Ich habe den Nikolas Mahler ja zum Beispiel schon erwähnt. Auch den habt ihr euch dann geschnappt und ich vermutlich dann in Frankfurt oder wo auch immer ihr euch da so trefft. Hört da unbedingt mal rein. Das macht mir sehr viel Spaß, das anzugucken. Ja, wir bringen in etwa, ich glaube, nächste Woche kommt das Interview mit dem großartigen französischen Zeichner Blatsch raus. Das haben wir in Erlangen aufgenommen. Und Lucky Luke ist auch arsch, ne? Genau, das kann ich sehr empfehlen. Ein sehr interessanter Zeichner. Sehr gut. Ja, dann neigt sich unser Gespräch auch schon dem Ende. Liebes Publikum, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr die Zielgruppe von Der Verkehr der Himmel seid, wenn ihr Bock auf gute Comics habt. Das ist ein Comic, der mich sehr zu unterhalten wusste. Er ist kurzweilig. Er ist trotz der 344 Seiten kurzweilig, will ich nochmal so konkret auch erwähnen. Er ist schön, wunderschön. Er ist dynamisch. Er ist für alle Personen geeignet, die Lust auf gute, spannende und unterhaltsame Comics haben. Und ich würde mir doch sehr für dich wünschen, lieber Michael, dass du da noch sehr viel Publikum findest und dass ganz sicher auch nicht dein letzter, meinetwegen Max und Moritz Preis geblieben ist bei der Umfall, sondern vielleicht auch hier irgendwo am Ende des Horizonts ein, was ist ein Brot, kriegt man, glaube ich, in Erlangen auf dich wartet. Ist das Brot, genau. Mega, ich danke dir vielmals. Ich erröte, ob dieses Lob ist, Wahnsinn, Dankeschön. Wie immer gibt es alle relevanten Links zu dir und deinen Projekten in den Shownotes, liebes Publikum, einfach mal runterscrollen und hinklicken, ihr findet es. Ich danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao. Kaum zu glauben, aber es ist trotzdem so. Wir befinden uns ganz kurz vorm allerletzten Interview, das hier bei den großen Specials zum Comicsalon stattfinden wird. Und es passt aus verschiedenen Gründen trotzdem, obwohl wir es erst Wochen nach dem eigentlichen Salon aufzeichnen werden. Er selbst war nicht da, aber sein Werk war da. Und genau genommen war eines der allerersten Interviews, die ich jemals bei einem Comicsalon in Erlangen geführt habe, auch eins, das ich bereits mit ihm geführt habe. Ihn habe ich damals schon vorgestellt als sehr talentierten Künstler, der ganz viele Sachen macht. Damals kannte ich ihn noch vor allem als Illustrator für die Podcast-Cover von den Jungs von Radio Nucular. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. Und er macht eine Menge tolle Sachen. Wir hatten auch schon im Vorgespräch über einiges gesprochen und ich bin auch total angetan davon, dass er jetzt natürlich mal wieder einen aktuellen Comic rausgehauen hat. Auch den konnte ich bereits vorab lesen. Und wir werden heute sprechen über Real Human Art. Was das bedeutet und was Computer damit zu tun haben, kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin der Johannes oder Jo, Lott auch genannt. Hi Jo. Sag mal, kannst du dich an unser erstes Gespräch erinnern? Das ist schon ein paar Jahre her. Vage. Es ist tatsächlich schon sehr lange her. Da ist auch viel passiert seitdem. Absolut. Wir saßen in einer Messehalle. Die Solidarity war da noch in diesem Bereich C. Halle C. Es war sehr laut, aber die Headsets haben den Rest geregelt. Das dürften jetzt ja mal locker sechs Jahre gewesen sein. Erzähl doch mal. Im Schlossgarten war dann noch mein zweites Gespräch. Das hatte ich jetzt zuerst im Kopf. Das war ein bisschen idyllischer. Erzähl mal, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren so bei dir passiert? Wie ist Stimmkünstler Johannes Lott ergangen? Also zuerst mal Radio Nucular gibt es noch. Ja, das ist immer noch ein Stammkunde von mir. Kann man reinhören. Shoutout an der Stelle. Genau. Die Cover beschäftigen mich auf jeden Fall. Also weil ich eben immer noch als selbstständiger Illustrator auch tätig bin. Natürlich nicht nur für die Jungs, sondern diverse Aufträge, was so ansteht. Genau, das Ganze habe ich aber ein bisschen runtergeschraubt inzwischen. Bin jetzt wieder Teilzeit festangestellt bei einer Videospielfirma Crazy Bunch in Hamburg. Genau, dafür bin ich ein Teil meiner Zeit. Maurice zusammen? Nee, die Firma heißt Tiny Raw. Den kenne ich aber natürlich auch. Man kennt sich ja in der Szene. Genau. Die sind auch gar nicht so weit weg in ihrem Büro. Genau, da bastle ich gerade an einem Game-Projekt, das allerdings noch geheim ist. Das wird aber auch bald angekündigt. Genau, und zwischendurch versuche ich noch irgendwie Comic-Projekte und so zu stemmen und eben persönliche Illustrationen. Das kann man dann immer auf meinem Instagram finden. Genau, und mit dem Buch für Erlangen jetzt ist aber das erste Mal wirklich seit Jahren auch, dass ich wieder mal was so richtig physisch veröffentlicht habe. Ein ganzes Buch, über das wir auf jeden Fall gleich zu sprechen haben, über das wir, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden. Vor allem auch die Ideen und die Konzepte dahinter. Aber obwohl du gerade Instagram gesagt hast, ich scrolle da gerade so durch. Mir fallen da natürlich viele Sachen auf. Unter anderem Guybrush Threepwood. Und ich habe das die Tage tatsächlich auch erst durchgespielt. The Return to Monkey Island. Ist schon ein bisschen geil, oder? Ich fand's super, ja. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das nach all den Jahren nochmal so eine Qualität erreicht. Ich liebe auch den Stil komplett. Ich mag den Art Director eh total. Teil folgt dem auch schon ewig. Viele mögen den neuen abstraiten Stil ja nicht, aber ich habe das mega gefeiert. Finde ich genau die richtige Wahl. Ich auch. Und was ich auch für die richtige Wahl halte, ist der Verlag, bei dem du jetzt untergekommen bist mit Real Human Art. Der Schwarze Turm Verlag, einer meiner Lieblings Verlage, man kennt sich, hat es quasi geschafft, dich quasi fürs Portfolio zu gewinnen. Mit gerade mal 12 Euro können wir dort die 86 Seiten ergattern, die auf englischer Sprache dort erschienen sind. Ich hatte die Gelegenheit, es vorab in digital zu lesen, wobei so vorab war das gar nicht. Es ist ja bereits erschienen zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich war doch sehr angetan. Erzähl doch mal mit deinen Worten, bevor ich versuche hier irgendwas dazu zu sagen. Wovon handelt eigentlich Real Human Art? Das Ganze ist eine Sammlung von kurzen Cartoons, also immer so aus zwischen drei und sechs oder sieben auch mal, glaube ich, Bildern bestehend. Das sind immer quadratische Panels, auch mit relativ ähnlichem Bildaufbau in schwarz-weiß. Wie gesagt, schon in englischer Sprache, weil ich das Ganze nämlich erst mal auf Instagram so just for fun veröffentlicht habe. Und da ich da dann zwar 90 Prozent deutsche Follower schafft habe, aber auch ein paar englischsprachige, ist es eben englisch geworden. Genau, und das Ganze, als es fertig war, dachte ich, eigentlich wäre das doch ganz cool, das auch irgendwie gebündelt, schön mal wieder in der Hand zu halten, so ein Projekt. Und genau, dann habe ich mich da nach passenden Verlagen umgeguckt und bin auch sehr froh, da untergekommen zu sein beim Schwarzen Turm. Also das perfekte Beispiel von einem Webcomic, der es dann auch in der Zweitverwertung nochmal gedruckt zu einem Verlag geschafft hat. War das eigentlich für den Schwarzen Turm irgendeine Art von Problem, dass es das schon online gab oder vielleicht sogar von Vorteil, zu wissen, dass da ein Interesse besteht? Wir hatten es da ganz kurz von und das wurde aber jetzt nie eigentlich lange diskutiert. Es war wohl kein Problem, nehme ich an, offensichtlich. Es geht ja konkret darum, dass plötzlich eine Maschine, also ein Computer, eine im weitesten Sinne künstliche Intelligenz dauerhaft Gespräche führt mit einem Illustrator. Das wirst vermutlich du sein und diese Maschine möchte dem Illustrator, dem Artist scheinbar irgendwie die Arbeit wegnehmen und macht es ja auch. Denn damit stehen wir vor dem großen Problem, dass die Comicszene, konkrete Illustrationsszene, aber auch andere Bereiche der Kreativwirtschaft, wie jetzt exemplarisch zum Beispiel auch die ÜbersetzerInnen, die steht vor einem großen Problem, nämlich, dass deren Tätigkeit in einem gewissen Rahmen gerade von Maschinen übernommen werden soll. Ob das immer so gut funktioniert und ob wir das gut oder schlecht finden, darüber können wir auf jeden Fall gleich mal sprechen. Aber habe ich das richtig wahrgenommen, dass das eines der größten Themen ist, die gerade die Illustrationsbranche so umtreibt? Also ich glaube auf jeden Fall, ja. Also bei uns eben in der Spielefirma wird das auch sehr oft diskutiert und auch damit rumexperimentiert. Und ich kriege es eben auch mit, dadurch, dass ich mit vielen Illustratoren und Illustratorinnen befreundet bin, dass sich das eben auch schon auf die Joblage auf jeden Fall auswirkt. Wie sind denn so deine Eindrücke als Comic-Artist? Was für Berührungspunkte hattest du da? Was für Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du zum Beispiel auch hörst, dass jetzt der E-Com, der ja auch verliehen worden ist, ein zumindest traditionell etablierter Comicpreis in Deutschland, in diesem Jahr auch einen mit KI generierten Comic ausgezeichnet hat. Was für Gedankengänge hast du als Comic-Künstler, wenn du hörst, was da für Einschnitte letztlich passieren gerade? Ja, mit dem E-Comic-Comic habe ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen beschäftigt, habe den jetzt aber noch nicht gelesen, weil es den ja irgendwie nur sehr limitiert und dann zwischendurch irgendwie gar nicht mehr zu kaufen gab. Ich habe aber genau eben die Bildausschnitte im Internet dazu konsumiert und den Text der Preisverleihung eben nachgelesen, den ich etwas merkwürdig fand. Aber genau, tatsächlich habe ich jetzt im Moment noch das Gefühl auf jeden Fall, dass die Comic-Branche eigentlich noch im Vergleich relativ safe ist, jetzt im Gegensatz zu eben zum Beispiel Einzel-Illustrationen durch so ein paar technische Geschichten, wie dass es ja allein schwierig ist, einen Charakter auf zwei Bildern quasi gleich aussehen zu lassen, wenn der generiert ist und solche Geschichten, oder dass der Stil eben wirklich auch komplett durchgezogen wird und nicht variiert dann von Panel zu Panel oder auch so einen ganzen Seitenaufbau eben überhaupt generieren zu lassen. Dass der Sinn ergibt, ist natürlich deutlich komplexer als nur ein einzelnes Bild. Insofern bin ich mir auch gar nicht sicher, inwiefern dieser Icon-Preis, das konnte ich jetzt leider noch nicht rausfinden, dieser Comic, inwiefern der überhaupt KI generiert ist. Ob da eben zum Beispiel die Seitenaufteilung, gehe ich mal schwer davon aus, dass das noch von Hand gemacht ist und dass vielleicht sogar einzelne Charakter, die eben wiederkehrend sind, noch handgezeichnet sind, bin ich mir jetzt aber nicht sicher eben. Aber nach den Erfahrungen, die ich bei Experimenten gemacht habe, hätte ich jetzt noch keine Ahnung, wie ich mir einen kompletten Comic generieren lassen würde. Vielleicht habe ich da aber auch die falschen Tools bisher benutzt, keine Ahnung. Kannst du dich pauschal dazu äußern, ob du dir ja Entwicklungen generell kritisch gegenüberstehst oder ob du vielleicht sogar eher Chancen siehst? Also ich sehe das auf jeden Fall sehr kritisch. Im Moment scheint das so ein bisschen Technik um der Technik willen zu sein, finde ich. Mir kommt da immer dieses Jurassic Park Zitat in den Kopf irgendwie. Die Wissenschaftler waren so damit beschäftigt mit der Frage, ob man es kann, dass sie sich nicht gefragt haben, ob man es eigentlich auch sollte. Weil eben die sozialen Auswirkungen, die Auswirkungen auf komplette Branchen und so offensichtlich komplett ignoriert werden. Und eben dadurch, dass es um Kultur gut geht, geht uns das eben, glaube ich, auch alle an, um jeden, der es konsumiert und so. Und die Auswirkungen da sind absolut nicht abzuschätzen, glaube ich. Und Regulierung gibt es eben auch noch kaum oder wenn, dann viel zu spät, etc. Das ganze Urheberrecht ist natürlich super schwierig, alles noch ungeregelt, beziehungsweise wahrscheinlich schon nicht mehr rückgängig machbar, dass diese ganzen Trainingsdaten illegal eben einfach irgendwann mal gescrapt wurden. Ja, also super komplexes Thema. Ich sehe es aber auf jeden Fall sehr kritisch. Im Moment scheint mir recht wenig Nutzen dabei zu sein, außer dass vielleicht Firmen eben an Stellen sparen können, Jobs einsparen können, die bisher eh schon wahnsinnig unterbezahlt waren, nämlich eben die von Illustratoren oder ähnlichen Künstlern. Im Musikbereich geht es auch schon los bei Übersetzungen, etc. Aber alles keine Jobs, die jetzt bisher wahnsinnig viel Geld gebracht haben. Ja, das sind so genau die Themen und Aspekte, die man oft hört, wenn man sich mit Künstlerinnen oder NetzwerkerInnen unterhält, konkret jetzt Comic in Bayern oder auch der Comic Solidarity. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich würde hier auch gern mal, und da liebes Publikum seid ihr angesprochen, eine größere Runde dazu machen hier im Cast und suche dazu wirklich, und das ist ein zentrales Problem, Menschen, die der KI und den Möglichkeiten der KI für Bildkreation konkret, möglichst positiv gegenüberstehen. Da bin ich noch sehr gespannt, weil irgendwie traut sich dann von dieser Seite aus so genau niemand irgendwas auch mal öffentlich zu sagen. Also, falls ihr euch angesprochen fühlt, das ist euer Moment. Was dein Moment war, und du hattest es erwähnt, die haben Probleme, damit regelmäßige Figuren regelmäßig wiedererkennbar erscheinen zu lassen. Das Problem hast du in deinem Comic, Real Human Art, ja so gar nicht. Du hast dich dazu entschieden, hier eine Person eigentlich immer exakt in der nahezu selben Pose zu zeigen, hinter einem, ich interpretiere das als Schreibtisch und daneben halt eben dieser Kasten. Wie kam es zum Aufbau und diesem dann doch letztlich recht simplen Panel-Aufbau? Tatsächlich finde ich, dass sich dadurch so ein gewisser Humor einfach auch ergibt durch diese sehr schlichte Darstellungsweise. Also, ich bin immer nicht so Fan von humorigen Inhalten, die dann irgendwie super fotorealistisch präsentiert sind oder so. Also, ganz davon abgesehen, dass ich es auch nicht kann. Aber ich glaube, das ergänzt sich ganz gut, dass ich es auch inhaltlich einfach passend finde. Es gibt in allem so ein bisschen so einen trockenen Humor einfach, glaube ich. Und ein Stück weit ist es natürlich auch Zeitersparnis. So, letzten Endes, ich hätte natürlich diese, das ist natürlich digital gezeichnet auch, auf dem iPad alles. Ich hätte das natürlich jetzt den Charakter auch auf jedem Panel, obwohl er in derselben Pose steht, nochmal einzeln zeichnen können. Und der Aspekt war dann einfach noch Zeitersparnis quasi. Ursprünglich hatte ich tatsächlich mal angefangen, das Ganze analog zu zeichnen, den ersten Comicstrip, weil ich das an sich inhaltlich witzig gefunden hätte, wenn dieser Comic eben über ein komplett digitales Thema dann wiederum komplett analog entstanden wäre. Habe dann aber relativ schnell bemerkt, dass das dann eben nicht so ein Strip zehnmal so viel Zeit kostet wahrscheinlich. Und da kenne ich mich inzwischen selber recht gut, als dass ich dann weiß, dann werde ich das Projekt vielleicht gar nicht zu Ende durchziehen, wenn ich nicht eben relativ schnell da Fortschritte sehe selbst. Weil es eben dann letzten Endes doch erst mal so ein Projekt für mich war. Und dann will man dann natürlich auch nicht komplette Arbeitstage rein investieren, ehrlich gesagt. Was mich in dem Comic oder bei der Lektüre des Comics viel eher wirklich überrascht hat, ist, dass du tatsächlich recht selbstkritisch auch an die Sache rangehst. Du hättest ja rein eindimensional auch einfach Geschichten und Witze erzählen können, die einfach komplett kontra KI sind. Aber das tust du nicht. Ganz im Gegenteil. Stück für Stück habe ich als Leser das Gefühl, diesen Kasten, der halt scheinbar der Computer ist, auch ein bisschen zu kennen. Und du gehst eben auch selbstkritisch irgendwie an die ganze Thematik heran, um da jetzt mal ein oder zwei Beispiele zu nennen. Dass du dann durchaus auch mal den Computer fragst, wie der das neue Limp Bizkit Album findet und dann auch mit der Antwort zufrieden bist. Oder wenn du siehst, okay, der Roboter kann dir behilflich sein bei der Kindererziehung, dann nimmst du ihn halt doch in Anspruch und verweigerst dich ihm nicht komplett. Und da sind viele einzelne Geschichten drin, wo ich mir denke, ey, das ist ja überraschend. Das ist ja alles gar nicht so schwarz und weiß, wie es klingt. War das Absicht? Wolltest du das genauso machen? Oder ist es einfach nur ein Ergebnis davon, dass du lustige Geschichten erzählen wolltest? Das ergibt sich, glaube ich, einfach daraus, dass ich mir viel Gedanken über das Thema gemacht habe und viele Artikel darüber gelesen habe und so. Und die waren natürlich dann auch nicht alle einseitig, sondern da wurden auch Chancen beleuchtet und so. Ich sehe auf jeden Fall auch die Chancen von KI, von generativer, wahrscheinlich weniger. Aber in einem anderen Kontext wird ja KI zum Beispiel auch jetzt in der Medizin vermehrt verwendet und so. Man kann ja unmöglich jemand was gegen haben. Und genau, es ist einfach ein super komplexes Thema, wo, glaube ich, reines Schwarz-Weiß-Denken jetzt tatsächlich unmöglich ist. Es gibt zum Beispiel auch Aspekte wie, also ich wüsste nicht, dass das im Moment geht, aber wenn mir jetzt ein Teil des Comiczeichens zum Beispiel, den wahrscheinlich kaum ein Mensch mag, ist ja so Flat Colors kolorieren erst mal und das auf jedem Panel gleich und einheitlich und so. Und da muss man halt auch ehrlich sein, wenn das super easy eine KI für mich erledigen könnte, würde ich das wahrscheinlich je nach Projekt vielleicht auch in Anspruch nehmen. Ich weiß es nicht. Eine Frage noch zum Schluss, denn du hattest ja bereits zu Beginn erwähnt, dass du diesen Comic und die einzelnen Panels vorab auf Instagram veröffentlicht hattest. Jetzt gab es zeitweise diese Fluchtwelle von Instagram, von Comic-Artists, die sich dazu entschieden haben, die Plattform zu verlassen und zum Beispiel zu Kara zu wechseln. Hast du das wahrgenommen? Bist du selbst eigentlich auch dahin geflohen? Was sind da deine Eindrücke? Ich habe lange überlegt, ob ich da auch hinwechseln soll, weil ich natürlich den Aspekt theoretisch sympathisch finde, da dann nur auf echte Menschen zu treffen im Idealfall und auf menschliche Kunst. Mir scheint das Ganze aber eher so ein bisschen so ein Artstation-Ersatz gewesen zu sein, wo sich dann auch allein stilistisch dann irgendwie ganz andere Leute tummeln zum einen, wo dann eben viel so Game-Concept-Art rumgeht und sowas einfach, obwohl ich natürlich in der Branche auch unterwegs bin, aber eben trotzdem auch eher comic-haft und stilisiert. Ist das so ein Aspekt, der mich nicht besonders interessiert? Und zum anderen bin ich natürlich auch auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen nicht nur, um andere KünstlerInnen zu erreichen, sondern in gewisser Weise ist das natürlich auch immer Eigenwerbung und der Betreiber von der Bäckerei gegenüber, der vielleicht neues, illustriertes Maskottchen möchte, ist natürlich nicht bei Cara. Deswegen ist das leider immer der große, große Nachteil von so neuen Plattformen. Bei Instagram sind halt, auch wenn der Algorithmus total erschrott ist inzwischen, habe ich da trotzdem noch die Chance, auch Leute zu erreichen, viel, viel mehr, als das bei jeder anderen Konkurrenz, die neu dazukommt, leider ist. Dann möchte ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal Werbung dafür machen und ich habe es noch gar nicht gehört, aber du warst bei den Kolleginnen und Kollegen von Yay Comics zu Gast, bei Carlos und Lara und erfahrungsgemäß machen die ziemlich geilen Scheiß. Deswegen möchte ich, liebes Publikum, da nochmal den Hinweis geben, dass du da auch zu Gast gewesen bist und man sich diese Ausgabe höchstwahrscheinlich auch anhören sollte, oder? Genau, sehr gerne natürlich. Wahrscheinlich sage ich da jetzt auch viel ähnliches Zeug, aber da geht es dann unter anderem auch noch etwas ausführlicher tatsächlich um diesen Ecom-Comic, weil die beiden den eben auch gelesen hatten. Sehr gut. Na, was ein Zufall, dass wir alle dieselben Fragen stellen. Sehr gut. Mega. Mensch, Johannes, Nee, tatsächlich hatte ich damals auch ein paar Aspekte vergessen, die ich jetzt versucht habe unterzubringen. Also es lohnt sich, ich glaube trotzdem auch beide zu hören. Check. Das Add-on zum Yay Comics Interview. Mega. Wunderbar. Ja, top, Johannes. Ich danke dir vielmals für die Zeit, fürs Gespräch und auch für deine Arbeit für The Real Human Art. Und ich hoffe doch sehr, dass du damit weiterhin viel Erfolg hast und jede Menge Menschen deinen Comic kaufen werden. Danke dir. Danke für die Zeit. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.